Wenn ihr möchtet, schreibt es auch drauf. Tragt es euch da ein auf der Newsletterliste. Und ich habe noch zwei CDs mit von einem, ich würde sagen, ähnlichen Projekt, mit dem ich heuer aufgenommen habe. Wer was möchte. Und von diesem Projekt gibt es hoffentlich nächstes Jahr eine. Zu kaufen, selbst müssen wir aufnehmen. Haben wir vor. Dieses letzte Stück ist das neueste von mir. Das entstand einen Tag vor einer Generalprobe im September, heuer. Aber es heißt nichts mit September, ausnahmsweise. Es heißt, so wie der Text, der einfach so aus mir rausgeflutscht ist. Give it to the Spirit. Und, ja. Ich erzähle gar nicht so viel, man kann eher ein bisschen hinhören, worum es geht. In ein Soul. Es ist irgendwie soulig, finde ich. Ja. Give it to the Spirit. I gave it to the Spirit. I gave it to the soul. Feed yourself with freedom. Emotion is all. Run for your feelings. And fight for your hurts. Don't be afraid of losing. You just need courage. In love. Die Bewegung. I littleaćan. Wenn. Ich schlumge. Hou migration. prodig juk. Untertitelung. BR 2018 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 Herzlichen Dank. Schreibt es euch auf die Liste, weil ich schreibe euch nächstes Jahr, wenn wir aufnehmen wollen, dass wir Geld brauchen, nämlich vorher. Weil CD aufnehmen ist sehr, sehr teuer und wir werden wieder Crowdfunding machen. Und das kriegt ihr dann auch. Aber ihr kriegt auch andere Konzertterminchen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Fortsetzung. Wir plaudern wieder, wir essen, wir trinken, wir sind noch da. Na sicher. Und der Lukas hat auch ein eigenes Projekt, das ganz neu startet, das sicher extrem geil ist. Ich weiß mal selber an, nämlich... Nächsten Freitag, 11.12. Im Radio Kulturhaus, Studio 3. Und wie heißt ihr? Habe ich ein Album released. Very Good. Very Good. Nächste Woche mit dem Lukas Schiener. Danke, danke Roberto, unser Hut auf zwei Füßen. Danke euch fürs Kommen und schönen Abend noch. Ich muss mal anschlossen. Sehr gut.